So, da sind wir schon zurück und wie ihr seht, wir sind bei Tag 77, aber liegt auch ein bisschen daran, dass ich für euch die Videos mache und ein bisschen da rumrennen, da rumrennen, aber warum soll es hier in dem Video gehen? Richtig, wir bauen unsere erste Karve, was bedeutet, unser Floß wird sich nicht mehr rentieren, beziehungsweise Floß soll man ja eigentlich nur benutzen für den Fluss zu überqueren, aber wenn ich euch ganz kurz mal hier die Map zeige, wir sind hier am Ozean, hier bin ich nämlich rüber gefahren, um zum Uralpen zu kommen, da wo meine Frau steht, weil das ist ihr Server, aber sie muss ja eingeloggt sein, deshalb haben wir uns jetzt das große Boot, beziehungsweise mittlere Boot wollen wir uns jetzt bauen, ihr seid live, in Anführungszeichen live dabei, wenn wir das Ganze machen und ich würde sagen, ich zeige euch auch direkt mal, was ihr alles benötigt, als allererstes, ihr müsst eine Werkbank haben, weil ohne Werkbank im Radius wird das Ganze halt nicht funktionieren, dann gehen wir auf unseren Hammer, auf Rechtsklick, gehen auf Verschiedenes und da seht ihr schon die Karve, was braucht ihr? 30 Edelholz, Edelholz habe ich eben schon im Video hochgeladen, einfach mal in der Tipps und Tricks Playlist nachgucken, da werdet ihr das Ganze finden, Hirschwelle bekommt ihr von Hirchen, Harz bekommt ihr von allen möglichen Mobs und Bronzenägel, logischerweise durch Bronze und in der Schmiede. So, dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze mal zu Wasser, ich bin echt mal gespannt, wie schnell das Ding eigentlich dann ist, warte mal, ich hoffe, es lässt sich dann auch genauso steuern wie ein Floß, so und, ja, und, tack, da ist das Gesetz, erst mal 30 Schaden reingehauen, ach, ich habe schon ein bisschen Angst, ich weiß auch nicht, ob man sich wirklich hier trauen soll, schon aufs Meer zu gehen. So, was haben wir hier? Ah, wir haben vier Plätze, also vier Sachen können wir hier drin einlagern, ich habe ein bisschen Angst vor der Seeschlange, ich sage es euch einfach, wie es ist. So, Sitzplätze haben wir einen, zwei, ja, drei Sitzplätze, ja gut, hier hinten werde ich sitzen, oh Gott, wir probieren es einfach mal aus, ich hole euch einfach mal mit und wir haben natürlich Gegenwind. Kennt ihr das? Ihr wollt irgendwo hin mit dem Boot und dann habt ihr Gegenwind? Jetzt ist nämlich die Frage, wie mache ich es? Wie komme ich denn hier vorwärts? Indem ich einfach gar nichts mache, glaube ich, oder? Nee, gar nichts machen, bringt auch nichts. Einfach Gegenlenken. Und hoffen, irgendwann dreht der Wind. Na toll. So war das Ganze natürlich jetzt nicht geplant, wie ich sehe, da hinten noch ein Hirsch. Aber, ich glaube, für unsere erste Fahrt muss ich dann wohl warten, bis der Wind sich mal gedreht hat. Aber ihr seht die Windrichtung, nee, die Windrichtung ändert sich gefühlt gar nicht. Eieiei, das sieht ja bescheiden aus. Ah, Doris geht vorwärts. Oder? Ich sehe da hinten halt schon weit entfernt halt noch eine Insel. Hier, die kenne ich ja schon, aber da will ich natürlich auch wissen, was ist da. Und ich sage ganz ehrlich, also ich habe eigentlich schon relativ viel erkundet, oder? Wie seht ihr das? Also wenn ich so manche andere angucke, die schon, keine Ahnung, für Rüstungen haben mit Silber, hast du nicht gesehen. Da finde ich, sind wir eigentlich noch gar nicht mal so schlecht, zumindest mal, was uns erkundenbetrifft. So, aber das hier wird wohl nichts geben, da muss ich mal warten, bis der Wind sich gedreht hat. Oder aber, wenn ihr eine Idee habt, wie ich das Ganze hier umgehen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da würde ich sagen, war es das erstmal an der Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurer Karve. Als nächstes kommen wir dann das Langschiff. Und in dem Sinne würde ich sagen, erstmal danke für den Follow, falls du eins da lassen willst. Und haut rein. Tá. Ja. Ja. Ja.